hallo ihr lieben ihr seht wahrscheinlich schon an den werkzeugen dass ich wieder ein strukturbild mache ich bin tatsächlich sehr fan von hätte ich nicht gedacht wenn ich ehrlich bin und aber genau ich wollte auch noch mal probieren ich weil ich das so überlegt hatte mensch vielleicht gibt es ja auch noch andere formen die man zum beispiel zeigen kann und habe also dementsprechend heute an andere formen die man sonst nicht bei diesen strukturbildern sieht ich bin gespannt was ihr sagt lasst mich gerne daran teilhaben ich habe jetzt so ein bisschen die geschwindigkeit hoch gemacht gerade was das die basis legen angeht ich glaube das hatten wir beim letzten video hatte ich euch das ja schon so ein bisschen näher auch gezeigt das heißt so ein bisschen solltet ihr das ganze auf der kompletten fläche verteilen mit ein bisschen es sollte schon gut struktur passt drauf also dass bei sonst findet und kriegt man so ein bisschen schwierigkeiten wenn man dann das tatsache das muster reinmachen möchte und dementsprechend das habe ich glaube ich beim letzten mal so ein bisschen übersehen oder also es das letzte bild war ja nicht schlecht aber ich glaube da hatte ich noch nicht so das gefühl für jetzt diesmal bei dem habe ich glaube ich ein anderes problem komme ich aber dann später zu also lasst euch überraschen und genau also dementsprechend ich habe dann eben wie gesagt die masse wieder verteilt ich muss mal sagen das eimerchen das hält jetzt ich hatte ein relativ großes bild dann habe ich jetzt schon die zwei von der größe gemacht und ich habe immer noch was drin also ich glaube das macht sich wirklich ganz gut das hält auch eine ganze weile und gönnt euch das eimerchen weil ich glaube wer einmal angefangen hat der macht es gerne öfter und freut sich dann eben auch drüber über die ergebnisse ja dann habe ich versucht so gerade wie möglich also so schön homogen glaube ich heißt das zu machen und bin da ich habe bin sehr dankbar dass ich diese spachtel habe aufgrund dessen weil das glaube ich sonst wirklich schwer geworden wäre und dann eben meine schönen zackenmacher und genau ihr seht schon was ich gerne machen möchte das ist nicht ganz so leicht wenn ich ehrlich bin weil das einfach dann doch schon eine klitzekleine herausforderung war das ganze und dementsprechend habe ich auch wieder weggemacht und das ist wirklich auch so ein vorteil man kann einfach wieder anfangen mit einer weißen wand also da habe ich ich habe so ein bisschen hin und her geguckt wie funktioniert es am besten und eben was bei mir auch wirklich schwierig war ich glaube ich habe nie diesen schönen gleichmäßigen druck dass dadurch die rillen gleichmäßig sind und da solltet ihr vielleicht auch so ein bisschen schauen ich brauche da glaube ich noch ein bisschen übung ich habe halt wenig kraft in den händen das hatte ich glaube ich auch schon in anderen zusammenhängen mal gesagt dass es relativ schwierig ist meine hände da so ein bisschen koordinativ und kräftemäßig gut einsetzen zu können und dadurch war das so ein bisschen ist es eine herausforderung die ich noch nicht komplett gelöst habe ist nicht dass es hässlich wird also immer schön mein perfektionismus sagt halt ich möchte gerne das eigentlich so ein bisschen anders haben hatte dann jetzt eben auch geschaut wie kann man am besten dieses herz form und auch das war nicht ganz so einfach auch das nachdrücken sage ich jetzt mal ist relativ schwierig war man weiß gar nicht so richtig wo soll man jetzt anfangen dann nochmal nachzudrücken aber irgendwann hatte ich dann doch langsam raus habe mich dann noch entschieden dass ich die ecken gerne noch mit so einer struktur versehen möchte was ich glaube ich auch echt schön finden und genau also dementsprechend war das mal was neues und ja ich mache hier gerade noch die kanten auch da solltet ihr darauf achten weil ansonsten wirkt es so ein bisschen unfertig wenn man die ränder auslässt von der leinwand und ja das ganze habe ich es macht sinn dass auf jeden fall einen tag trocknen zu lassen bei mir hat es jetzt auch wieder ein bisschen länger aber ich habe extra noch mal drauf geachtet ich habe es wirklich ein tag dann hatte ich das gefühl jetzt würde ich mich auch trauen da farbe aufzumachen und ja ich habe auch wieder farbe drauf gemacht man kann es auch so lassen wie es ist das hat alles seine vor und nachteile hat jeder ja so seinen eigenen geschmack manchmal braucht man ja auch nur das weiße ich glaube es gibt sogar farbige struktur paste habe es aber selber so noch nicht gekauft oder ähnliches und dementsprechend könnt ihr euch da weil es falls ihr euch das anmalen zum beispiel sparen wollt oder wenn ihr die struktur generell nur in einer farbe haben wollte dann macht das natürlich sinn wenn die struktur schon bunt ist und dementsprechend ja ich habe mich dann logischerweise beim herz für ein rot entschieden es ist ein bisschen leicht pinkiger geworden als ich es mir gewünscht habe aber ich finde es trotzdem sehr sehr schön und habe da auch diesmal ein klitzekleines bisschen besser beim malen aufgepasst man unterschätzt manchmal diese rillen wo diese rillen einen dann hin führen und dadurch ja ja während ich male möchte ich gerne natürlich wieder mal schreiben wie sonst auch ich weiß für manche ist es langweilig das tut mir leid aber ich freue mich eben aktuell wirklich sehr dass so viele einfach schon abonnent geworden sind und möchte da auch einfach immer wieder mal danke sagen und für mich ist es nicht selbstverständlich ich weiß dass ich nicht so jemand bin der totaler profi im film ist oder einfach auch die zeit oft gar nicht hat dieses sowie andere youtuber da so ein riesigen studio und licht und sowas und deswegen ist das für mich noch mal so viel mehr wert dass trotzdem welche sich gerne meine videos auch anschauen es gibt viele die gucken sich bei mir hat ganz viel nur die short videos an da sind zeit hauptsächlich meine meerscheinchen hier direkt auf youtube mit den normalen videos sind zeit basteln und musik ich liebe musik für mich ist musik relativ wichtig in meinem leben ich gehe gerne abends weg und dadurch da kommt dann eben immer musik videos einmal in der woche oder halt wenn ich weg gewesen bin und wie gesagt basteln eben auch einmal in der woche short videos je nachdem also ich schaue natürlich ob ich vielleicht einmal täglich etwas hochlade und aber ich will mir da selber auch keinen druck machen weil ansonsten wird das stress dann macht keinen spaß mehr und ich glaube das verstehen viele und ich versuche schon immer dass ich halt zum beispiel bei den bastel videos und bei den musik videos nichts weglasse das zum teil eben auch vor hochlade und aber auch da ich überlege jetzt noch wie es zu weihnachten und zu silvester mache weil ich glaube nicht dass zu weihnachten zum beispiel sich jemand hinsetzt und gerne meine videos schauen möchte ob ich es halt vorher hochlade oder ausnahmsweise eine woche weglasse muss ich noch drüber nachdenken habe ich noch nicht entschieden ihr könnt ihr ja mal sagen ob ihr das euch wünscht dass ich trotzdem was hochlade in der woche wo weihnachten ist also an dem samstag ist ja weihnachten und dann ob ich zum beispiel auf dem freitag das hochlade gebt mir gerne mal feedback ob ihr das gerne wollt ich bin mir noch sehr unschlüssig genau also dementsprechend und wer jetzt hier zum beispiel noch kein abo da gelassen hat darf das natürlich auch gerne ich freue mich unheimlich auch über kommentare über däumchen nach oben und so also habt da keine scheu ich freue mich sehr drüber und ich bin auch schon fast fertig mit meinem bild ist für mich wirklich eine ganz schöne idee das zu machen ist übrigens auch eine schöne weihnachtsidee falls ihr irgendwie zum beispiel ein symbol habt für den partner oder ähnliches es gibt ja so insider sachen manchmal dann ist das glaube ich auch eine echt schöne idee wo man das dem partner schenken kann und das daraus machen kann also ich werde es bei mir noch schauen ich muss noch schauen dass ich nur ein nagel in die wand kriege und bei mir ist beton also dementsprechend ist das nicht leider mal mit nagel in die wand hauen und genau ich hoffe euch hat es gefallen schreibt mir gerne was ihr euch gerne wünscht und dann schaue ich ob ich das auch möglich machen kann und hier bin ich nämlich auf den letzten metern ich habe mich für die ecken auch farbig entschieden weil ich dachte das gibt dem ganzen noch mal so ein bisschen tiefe und ich gucke mal ob ich euch den instagram account von mir verlinke dann könnt ihr mich gerne auch verlinken wenn ihr das nach bastelt oder selber ausprobiert ich würde mich total freuen lasst mich daran teilhaben und dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen sonntag und bis bald